Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich habe zu Beginn meiner Predigt eine Frage an euch. Und für den Anfang, oder für den Anfang meiner Propfied, habe ich eine Frage an euch. Wer glaubt, dass Gott für euer oder für dein Leben einen Plan hat? Seht mal bitte eure Hand. Gut, es sind nur die Hälfte der Leute. Die andere Hälfte glaubt also nicht, dass Gott einen Plan für sie hat. Aber ihr dürft trotzdem zuhören. Weil ich kann euch sagen, Gott hat einen Plan für euch, auch wenn ihr das jetzt nicht glaubt. Потому что я хочу вам сказать, у Бога есть Plan на вашу жизнь, даже если вы сейчас в это не верите. Wisst ihr, am Freitagabend hat uns eine Schwester aus der Jugend zu sich eingeladen. В пятницу вечером одна сестра из молодежи пригласила нас к себе домой. Und wir saßen dann draußen am Tisch, haben uns unterhalten. Мы сидели снаружи, за столом и беседовали. Und dann hat jemand gesagt, dass jetzt am Freitag, ich glaube, da war der 1. September, einige mit ihrer neuen Ausbildung angefangen haben. Und dann habe ich so nachgedacht, wie lange ist es bei mir her? Und ich weiß, man sieht es mir nicht an, ich sehe sehr jung aus, aber bei mir sind es 10 Jahre her, seit ich meine Ausbildung, oder seit dem Tag, an dem ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich weiß, ich sehe nicht so, aber ich sehe sehr jung. Aber bei mir war das 10 Jahre her, der Tag, auf dem ich in der Profession angefangen habe. Und ich habe immer mal wieder so ein bisschen reflektiert und habe mir die Frage gestellt, wie habe ich damals meine Entscheidung getroffen, gerade diese Ausbildung anzufangen. Und ich habe mich damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich damals das mit Gott abgesprochen. In dem Moment, als ich meine Entscheidung getroffen habe, war mir wichtig, was Gottes Plan für mein Leben ist, und habe ich danach meine Entscheidung getroffen? Oder habe ich meine Entscheidung einfach so getroffen, weil jeder halt diese Ausbildung gemacht hat, deswegen mache ich auch diese Ausbildung. Oder, возможно, ich habe einfach diese Ausbildung gemacht, nur wegen dem, dass viele schon so machen, und ich habe es aus dieser Ausbildung gemacht. Wisst ihr, man geht davon aus, dass wir Menschen am Tag oder alle drei Sekunden eine Entscheidung treffen müssen. Знаете, ну, есть как бы такое мнение, что мы люди каждый день, oder много раз в день, каждые drei Sekunden, wir принимаем какое-то решение. Und wenn man davon ausgeht, dass wir zum Beispiel acht Stunden am Tag schlafen, und 16 Stunden am Tag wach sind, und 16 Stunden am Tag wach sind, dann treffen wir laut dieser Annahme ungefähr 20.000 Entscheidungen am Tag. Und natürlich ist ein Großteil dieser Entscheidungen, das sind ganz kleine Entscheidungen, die wir wahrscheinlich sogar einfach unbewusst treffen, und die keinen großen Einfluss auf unser Leben haben. aber es gibt gerade bei uns jungen Menschen eine Menge Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, die einen großen Einfluss zu haben werden. Zum Beispiel, welchen Ausbildungsberuf wähle ich? Weil ich muss verstehen, wenn ich meine Ausbildung starte oder auch ausgelernt bin, dann bin ich acht Stunden am Tag auf der Arbeit, und wenn man wieder den Schlaf rausrechnet, ist es wieder der halbe Tag. Und das für mindestens 40 Jahre. Und gerade wir jungen Leute haben sehr viele wichtige Entscheidungen, die einen großen Einfluss auf uns haben. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott einen Plan für uns hat, wie wichtig ist es dann, dass wir unsere Entscheidungen mit Gott zusammentreffen, dass diese Entscheidungen, die so einen großen Einfluss auf uns haben, dass die mit Gott zusammengetroffen werden. Dass eben diese Entscheidungen, die wir mit Gott zusammengetroffen haben, dass sie mit Gott zusammengetroffen werden. Wisst ihr, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist? Und lange in der Wüste unterwegs waren, und sie waren lange in der Wüste in der Pusten, dann kamen sie zum Land Hanaan. Und der Herr hat zu Mose gesagt, Mose wählt jetzt zwölf Männer aus, und sagt, Mose, wähle dir zwölf Männer aus, aus jedem Stamm einen Mann, und sende sie aus als Kundschafter in dieses Land Hanaan. Und sie kamen sie dort, in diese земle Hanaan, als Saglidataev. Dass sie sich mal anschauen, wie ist das Land Hanaan. Und sie müssen sich mal anschauen, und sie sehen, wie ist das Land Hanaan. Und also sind die zwölf Kundschaften ausgezogen, haben sich Hanaan angeschaut. Und diese 12 Saglidataev, sie haben sich Hanaan angeschaut, und schaut mal, als sie zurückkamen, und sie sehen, wenn sie zurückkommen, das lesen wir in vierte Buch Mose, Kapitel 13, ab dem 25. Vers. Schaut mal, und nachdem sie das Land vierzig Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen hin, kamen zu Mose und Aaron, und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, in die Wüste Paran, nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns zandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Und sie erzählten ihm und sie erzählten ihm, und sie erzählten ihm, und wir sahen auch Söhne in Enakstorz. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland. Und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordans. Amalik живet na jüžnej части земly. Hitei, Yevusei und Amorei живut na gore. Hananeei же живut при Mori und na beregu Iordana. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Но Halef успокаивал народ пред Moiseem, говоря, пойдем und zavladen sie, потому что wir можем одolet ihr. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. А те, die mit ihm und mit ihm говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das eine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enax aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und in 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 6, nochmal was Joshua und Kaleb sagen. Und Joshua und der Sohn Nunz und Kaleb, der Sohn Jefones, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann führt uns in die земle und gibt uns diese земle, in der sie melancholisch und melancholisch. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Только против Господа nicht aufstehen. Und nicht beantworte die Menschen, denn er wird uns auf die земle. Sie haben sich nicht zu retten. Sie haben sich nicht zu retten. Aber mit uns der Herr Gefallen. Nicht beantworte sie. Wie kann es sein, dass diese zwölf Männer, die wahrscheinlich das Gleiche gesehen haben, bereit waren, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen, diese zehn Männer, die Angst hatten vor dem Volk, die Angst hatten vor dem Volk, also vor dem Volk Kanaan, sie haben gesagt, nein, wir nehmen dieses Land nicht ein. Diese Menschen in dem Land, sie sind riesen. sie werden uns zertreten wie Heuschrecken. Sie werden uns zertreten wie Heuschrecken. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Aber dann gab es diese anderen zwei Männer, Josua und Kaleb, die gesagt haben, nein, wir haben keine Angst vor diesem Volk. Die gesagt haben, nein, wir haben keine Angst vor diesem Volk. Wenn der Herr mit uns geht, dann nehmen wir dieses Land ein. Weil wenn Gott mit uns geht, dann wir diese Land einbekommen. Wie kann es sein, dass diese Entscheidungen so unterschiedlich sind? Wie kann es sein, dass diese zehn Männer, die Angst hatten vor dem Volk der Kanaanitä, sie haben den Plan Gottes für ihr Leben, den haben sie vergessen oder nicht mehr berücksichtigt. sie haben vergessen, dass es Gottes Plan war, sie in das Land Kanaan zu führen. Dass es Gottes Plan war, ihnen dieses Land zu geben. Dass es Gottes Plan war, ihnen diese Land zu geben. Und Kaleb und Josua aber, sie kannten diesen Plan. Und sie wussten, wenn das Gottes Plan ist, dann wird Gott ihnen auch in diesem Kampf und in diesen Entscheidungen helfen. Und sie waren bereit, ihre Entscheidungen mit Gott zusammenzutreffen. Und sie waren bereit, ihre Entscheidungen mit Gott zusammenzutreffen. Und wir wissen, dass von diesen zwölf Männern nur Josua und Kaleb in das verheißene Land eingegangen sind. Nur bei diesen zwei Männern ist der Plan Gottes in Erfüllung gegangen. Nur bei diesen zwei Männern der Plan Gottes in Erfüllung gegangen. Die restlichen sind alle gestorben in der Wüste. Und alle anderen die verheißene Land nie gesehen. Und sie nie gesehen haben. Und sie nie gesehen haben, die Erde in Erfüllung. Geschwister, was sehen wir daraus? Dereuten, was sehen wir daraus? Ich denke, wie wichtig ist es, Gottes Plan für unser Leben zu kennen. Und unsere Entscheidungen mit ihm zusammenzutreffen. Und принимать наши решения вместе mit ihm. Ich möchte es nochmal sagen, gerade wir jungen Menschen. Und ich möchte nochmals поставить auf diese ударung wie wir, молодые Leute, wir treffen am Anfang unseres Lebens viele Entscheidungen. Die sehr wichtig sind und einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Und wie wichtig ist es, dass wir diese Entscheidungen mit Gott zusammen treffen. Und nur so kann Gottes Plan in unserem Leben in Erfüllung gehen. Und nur so kann Bösen Plan in unserer Welt состоit werden. Weil wir nicht in die Zukunft sehen können. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Aber wenn wir Gott haben, und wenn wir uns mit dem Berat schlagen, der die Zukunft sieht, dann können wir sicher sein, dass Gottes Plan in unserem Leben in Erfüllung geht, dann können wir sicher sein, dass Gottes Plan für unsere Leben состоit wird. Und das möchte ich uns alle zusammen wünschen. Und das möchte ich uns alle zusammen wünschen. Lasst uns fest daran glauben, dass Gott einen Plan für uns hat. Давайте wir werden glauben, dass Gott einen Plan für uns hat. Auch die, die ihre Hand nicht gehoben haben. Und auch die, die nicht ihre Hand haben nicht geholfen. Gott hat einen Plan für euch, ganz sicher. Und ich wünsche uns allen, dass wir unsere Entscheidungen mit ihm zusammen treffen. Und ich wünsche uns allen, dass wir unsere Entscheidungen mit dem Gott lasst uns niederknien und beten.